Bad Säckingen Am Freitag, den 2. Juni 2023, wurde um 19.49 Uhr die Polizei über einen Brand in einem Schuhgeschäft in der Wallbacher Straße informiert. Gegen 20.03 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Bad Säckingen an die Einsatzstelle an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war laut Polizei das Feuer bereits von selbst schon ausgegangen. Ein Teppich hatte gebrannt. Die Feuerwehr belüftete die Räumlichkeiten und konnte gegen 20.50 Uhr bereits wieder ins Gerätehaus einrücken. Die Brandursache ist laut Polizei vermutlich eine defekte Lampe.